Wir sind hier in der Molkerei Berchtesgadener Land in Pieding. Wir sind eine genossenschaftliche Molkerei. Das heißt, dieses Unternehmen gehört den Landwirten und Landwirtinnen, die die Milch liefern. Wir erfassen Milch von unseren landwirtschaftlichen Betrieben, die sich jördlich des Alpenhauptkampfs befinden, zwischen Watzmann und Zugspitze. Von unseren Lieferanten bekommen wir ca. 300 Millionen Kilogramm Milch pro Jahr. Diese gesamte Milch verarbeiten wir hier in unserem einzigen Standort in Pieding und wir stellen daraus verschiedene Produkte her. Konsummilch, zum Beispiel auch die traditionell hergestellte Frischmilch in der Flasche. Wir stellen hier Schlagrahmen Butter, Speisequark, Naturjoghurt, Käfir, Buttermilch. Für uns besonders wichtig ist die Qualität der Produkte. Qualität steht bei uns im Vordergrund. Wir versuchen, die Rohmilch möglichst schonend zu bearbeiten, sprich mit wenigen Prozessschritten möglichst hochwertige Produkte herzustellen. Temperaturmessung wird im Lebensmittelbereich immer wichtiger. Hierfür hat die IFM Elektronik einen Sensor entwickelt, bei welchem in der Spitze zwei Temperaturelemente verbaut sind, die über einen Mikrocontroller auf Drift überwacht werden, um hier maximale Sicherheit zu gewährleisten. Also die Produktqualität spielt bei uns eine sehr große Rolle. Mittels der Temperatursensoren von IFM kann eine hohe Produktqualität gesichert werden. Die TCC-Sensoren verwenden wir zur Erfassung der Produkttemperatur, Reinigungstemperatur und Sterilisationstemperatur im laufenden Prozess. Wir haben uns für die Sensoren entschieden, da es natürlich preislich interessant war und auch die Lebensmittelfestigkeit für Lauge, Säure, Desinfektion. Da war die Haltbarkeit eigentlich unschlagbar und deswegen haben wir uns für die Komponenten da entschieden. Da wir in der Molkerei sehr viele große Ventilknoten im Hause haben, sind natürlich auch sehr viele Ventilrückmeldungen nötig. Da setzen wir auch die Rückmeldeinitiatoren in der Ventiltechnik von IFM ein und sind auch damit sehr zufrieden, weil die Haltbarkeit gut ist. IFM ist ein wichtiger Partner. Die Zusammenarbeit besteht seit mehreren Jahrzehnten. Es ist eine sehr enge und partnerschaftliche Beziehung, die wir zu IFM unterhalten. Wir sind sehr zufrieden und wie gesagt, es ist ein wichtiger Baustein, auch um unser Ziel zu erreichen, qualitativ hochwertige Produkte herzustellen und die Prozessführung dementsprechend gestalten zu können. Das spricht für IFM und wir sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit.